Vor kurzem wurde ja die Bayerische Bauordnung geändert. Was sind denn ganz kurz und knapp gefasst die wichtigsten Neuerungen? Also eine der wichtigsten Neuerungen war, das war mir auch ein Herzensanliegen, dass der Dachgeschossausbau der bestehenden Gebäuden genehmigungsfrei gestellt wird. Weil in vielen Bestandshäusern ungenutzter Spanker da ist, der gerade ohne großen Aufwand kostengünstig im Wohnraum gerade für junge Familien umgebaut werden kann. Es ist klar, dass im vierten Stadtplan niemand 60-, 70- oder 80-Jähriger raufzieht, aber gerade für junge Familien sehe ich da eben die Chance, dass man günstigen Wohnraum schafft. Weiterer Punkt war die Abstandsflächenregelung. Wollte man ändern, damit man mehr Nachverdichtung hinbekommt? Ich sage Wollte man, ist meiner Meinung nach das Ganze doch nicht ganz so glücklich gelaufen, weil die Abstandsflächenregelung der Vorschlag war mit 0,4 h, also 0,4 Höhe Abstand vom Nachbarn. Jetzt ausgenommen sind die großen Städte wie München, Augsburg und Nürnberg. Und war natürlich dann bei den Kommunen draußen bei den kleinen Städten unter 250.000 Einwohnern oder bei den Gemeinden war natürlich dann der Aufruhr ziemlich groß. Warum werden die Städte da verschont? Die dürfen weiterhin ihre 1-H-Regelung behalten und wir müssen 0,4 h machen. Dann haben wir den Gemeinden, den Kommunen eingeräumt, dass sie eigene kommunale Satzungen aufstehen können. Wie das dann letzten Endes weitergeht, ob das wegen der Ungleichbehandlung, ob das nicht irgendwann einmal vor Gericht landen wird, ich bin mir fast sicher. Weiter wichtig war, dass wir endlich einmal eine drei Monate Genehmigungsfiktion hinbekommen. Wenn die ganzen Baugenehmigungen, wer schon einmal gebaut hat, privat gebaut hat. Es ist oft ein Drama. Viele warten sechs Monate, neun Monate, ein Jahr auch für Baugenehmigung. So und jetzt schauen wir mal, wie das durchführbar ist in den Baugenehmigungsbehörden mit der drei Monate Genehmigungsfiktion, dass wenn ein Bauvorhaben nicht innerhalb von drei Monaten verbeschieden ist, dann ist automatisch genehmigt. Nächster Punkt, die digitalen Baugenehmigungsverfahren. Um natürlich die Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen, ist wichtig und ist Voraussetzung, dass das Ganze auch gerade in der heutigen Zeit, wo man alles versucht zu digitalisieren, dass auch die Baugenehmigungsverfahren digitalisiert werden, dass man dann nicht mehr die großen Pläne ausbreiten muss. Und praktisch jede Sparte da dann drüber schauen muss, nein, die Bauanträge werden digital eingereicht und wenn die auf Vollständigkeit geprüft sind, dass alle Unterlagen da sind, muss das sofort im digitalen Umlauf in allen Fachstellen innerhalb von der Baugenehmigungsbehörde rumlaufen. Interfraktionell haben wir uns jetzt geeinigt. Wir wollen natürlich schauen, was bringt die Novellierung der Bayerischen Bauordnung. Und da wollen wir jetzt einen interfraktionellen Antrag bringen. Wir wollen spätestens ein Jahr nach dem Krafttreten der neuen Bayerischen Bauordnung, die ist am 1. Februar in Kraft getreten, wollen wir eine Evaluierung machen. Und damit wir dann erkennen können, wo man nachjustieren braucht, wo man ansetzen muss, wo noch einfach irgendwo Handlungsbedarf ist. Herr Professor Thierstein, uns läuft ein bisschen die Zeit davon, deswegen komme ich mal zum nächsten Thema, was mich persönlich auch sehr interessiert und betrifft. Lassen Sie uns doch mal über die Idee des sogenannten Europäischen Bauhauses reden. Können Sie unseren Zuschauern kurz erklären, was dahinter steckt? Ja, vielleicht kann ich anknüpfen an das, was Herr Friedl gesagt hat. Es gibt ja viele Entwickler, die sagen, das ist ja keine Benachteiligung der kleineren Kommunen gewesen, sondern eine Benachteiligung der großen Städte, weil natürlich, wenn man dichter bauen will, muss man natürlich geringe Abstände haben. Aber ich glaube, das ist ja auch völlig ein Randthema, weil die Hauptthemen sind zum Beispiel, die ja in der Baugesetzordnung nicht geregelt sind oder nicht abgeschafft wurde, ist die Stellplatzverordnung abschaffen. Es gibt ja Städte, die das nicht mehr kennen, weil wenn Sie ein bisschen hoch rechnen, wir reden von Wohnungsknappheit und so, wenn Sie jetzt fünf Stellplätze nehmen, dann haben Sie eine durchschnittliche Wohnung von 42 Quadratmeter, also als Volumen und also fünf Autos weg, eine Wohnung mehr. Und das können Sie gleich mal durchzählen in der ganzen Stadt und zwar auch in kleineren Kommunen. Da gibt es also auch Wohnungsknappheit. Dann haben wir ein ganz anderes Problem. Da müssen wir nicht über Abstandsregeln sprechen, sondern über die wirklichen Probleme. Wie gehen wir eigentlich mit der knappen Fläche um? Das, glaube ich, ist überhaupt nicht geregelt, weder im Bundesbaugesetzbuch, noch in der bayerischen Bauordnung. Nun, die neue europäische Bauhausinitiative knüpft ja, weil es ja von der Frau von der Leyen initiiert wurde, natürlich so ein bisschen an der Mythos auch an des Bauhauses in Dessau und dass man da eigentlich auch neues Wohnen, dass das die Zukunft des Wohnens zum Thema gemacht hat, unter anderem. Und es ist natürlich klar, die Europäische Union hat verschiedene übergeordnete Ziele. Eines ist eben dieser Klimaschutz, einen Beitrag zum weltweiten Klimaschutz zu bringen. Und wir wissen natürlich, dass einer der ganz großen, es gibt zwei zentrale Produzenten von Klimagasen, das ist einerseits der Verkehr mit großem Abstand und dann durch das Bauen selber, also der Baubestand. Und da wir natürlich gleichzeitig in Europa auch einen extremen Bestand an Kulturleistungen haben, also an Baudenkmälern und überhaupt an investiertem Kapital, ist die Aufgabe eigentlich naheliegend, den Bestand zu erneuern. Und dort will eigentlich dieses neues europäisches Bauhaus ansetzen, eigentlich diese ganze Frage des Umbaus im Bestand zu verbinden mit dem Klimaschutz, also CO2 reduzieren und das aber nicht so nach der Wintermantelmethode oder der Mützenmethode, wie man das jetzt 20 Jahre gemacht hat, immer mehr Dämmstoffe draufzupacken und somit die Erkennbarkeit, die Architektur und auch die Identifikation, ich gucke wieder zu Herrn Friedl, die Identifikation von gebauter Struktur zu verlieren, sondern tatsächlich zu gucken, also wie kann man mit kreativen Methoden diese Dinge transformieren. Und da ruft jetzt Frau von der Leyen auch über alle Länder hinweg auch Bürgerinnen und Bürger auf, lokale Institutionen hier mitzumachen, Ideen einzubringen. Das ist jetzt auch im Moment gerade eine Findungsphase. Letzte Woche war eine große zweitägige digitale Konferenz. Über 8.500 Menschen haben teilgenommen an diesen zwei Tagen, die sich da interessiert haben, ihre Initiativen auch vorgestellt haben. Ich habe da auch in einem Workshop teilgenommen. Also das ist schon eine sehr interessante Geschichte. Auch noch zum Schluss letzter Satz, weil für viele Menschen, denke gerade auch in Bayern, natürlich die Europäische Union auch sowas ist, das ist so irgendwo weit weg. Und diese Initiative soll auch wieder das Thema Umbau unserer Umwelt, unserer Heimat näher an die Menschen zu bringen, indem sie sich auch selber beteiligen können. Also das, glaube ich, ist der Kern dieses Anliegens, das auch zu einer kulturellen, sozialen Aufgabe zu machen und nicht bloß eine technologische Aufgabe, die man irgendwelchen Ingenieurinnen überlassen kann. Zum Thema klimafreundliches Bauen werfe ich auch nochmal zwei Fragen vielleicht in die Herrenrunde. Denken Sie zum Beispiel Holz als Baustoff sei die Lösung oder ist vielleicht auch die Sanierung bestehender Gebäude die klimaneutralste Variante, um grüne Ziele zu erreichen? Was meinen Sie, Herr Friedl? Ja, Frau Schneider, Holz ist ein idealer nachwachsender Rohstoff. Der Ziele ist aber ebenfalls ein klassischer, natürlicher Baustoff und ist daher aber auch nicht zu vernachlässigen. Zumal er auch meist in der Region, wo er verbaut wird, auch produziert wird. Deshalb werden sich die Freien Wähler dem Thema annehmen. Wir wollen eine Produktneutralität bei der Förderung und das ist ganz wichtig, natürlich bei vergleichbarer Ökobilanz. Beim Holz ist es momentan ja auch schwierig. Angebot und Nachfrage klappen momentan weit auseinander. Wegen der Nachfrage in den USA ist der Preis auf den Markt in Europa explodiert. Hinzu kommen Lieferengpässe, zum Teil Lieferzeiten von einem halben Jahr mittlerweile. Die Situation im Südosten der EU ist auch ein hoher Einschlag von Holz, um die EU-Nachfrage zu befriedigen. Das steht absolut im Widerspruch zum Umweltschutz, weil einfach im Südosten der EU wesentlich mehr Holz eingeschlagen wird. Und die Sanierung bestehender Gebäude, die Sie angesprochen haben, ist auch immer ein wertvoller Baustein zur Verbesserung der gesamten baulichen Öko- und Energiebilanz. Oft ist es aber betriebswirtschaftlich eher darstellbar. Gerade auch die Auflagen bei Sanierungen nach einem gesunden Maß müssen die ablaufen. Muss ein künftiges Handlungsfeld auch der Politik sein. Fördern statt fordern und statt verbieten. Das ist ein künftiges Handlungsfeld. 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 Vielen Dank.